Hallöchen ihr Lieben! Ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute gibt es bei mir ein Sommerrezept, nämlich ein Wassermelone, Gurkensalat und aus dem Rest habe ich auch Saft gemacht. Also die sind wunderbar lecker aus und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Für den leckeren Sommersalat brauchen wir Wassermelone, Gurke, Zitrone, ich habe hier auch frische Melisse aus dem Garten, dann brauchen wir noch Walnüsse, ein paar Kerne, Salatkerne. Hier habe ich Rapsöl genommen, Honig, ein wenig Salz und Pfeffer. Ja und wir fangen sofort an die Wassermelone zu schneiden, auch die Gurke. Hier sind schon mal die Utensilien, die ich brauche. Ein Messer natürlich. Die Wassermelone wird halbiert. Ich brauche nur die Hälfte, die andere Hälfte werde ich einfach so naschen. Und ich brauche die Schale hier ganz, deswegen werde ich vorsichtig den Inhalt der Wassermelone rausschneiden. Ich werde euch nachher zeigen, warum ich die Schale brauche. Und das werde ich jetzt hier mit dem Löffel rausnehmen. So sieht das aus. Ja, ich habe jetzt alles rausbekommen. Diese feinen Stücke nicht wegschmeißen, die sind wunderbar, um Wassermelone Smoothie zu machen. Ja und die groben Stücke werde ich gleich schneiden für den Salat. Und das, wie ihr seht, das wird mein Teller sein. Ist ein bisschen viel Arbeit, bis man die Wassermelone rausbekommt. Aber es lohnt sich. Dann tue ich das beiseite. Und dann schneide ich die Stücke in Würfe. Das Ganze kommt jetzt in einen Sipp, weil die Wassermelone verliert richtig das Wasser. Und nun wird die Gurke, geschnitten. Aber von der Gurke brauche ich die Hälfte, weil ich habe eine richtig große hier erwischt. Und die ist mir zu groß. Und ich werde sie erst mal schälen. Nun werde ich die Gurke vierteln. Und bevor ich schneide, dann wird der Inhalt, die Samen dann wegmachen. Die Dienerei von Gurke mit Wassermelones Reste. Da werde ich eine Smoothie machen. Und dann einfach kleine Würfe schneiden. In eine Tüte einfach die Walnusskerne geben und mit dem Nudelholz dann klein machen. Nun wird die Soße gemacht oder das Dressing. Und dafür brauche ich hier Rapsöl, habe ich in einer Schüssel. Dazu gebe ich auch noch Honig. Dann brauche ich noch Salz und Pfeffer. Und was ich noch brauche, ist hier den Saft von einer halben Zitrone. Das wird auch hier reingepressen. Nochmal alles in guter Menge. Was nun nur bleibt, ist, die Sachen alle zusammenmischen. So, dann geben wir in eine Schüssel die Melonenstücke. Dann die Gurken. Unser Dressing kommt auch rein. Ein paar Kerne. Natürlich auch die kleinen Stücke Walnüsse kommen noch dazu. Die Melisseblätter klein schneiden. Alles gut vermengen. Ja, dann gucken wir, dass wir unseren Salat jetzt hier in den Teller, in den Wassermelonenteller hier, reingeben. Der Salat ist jetzt fertig. Ich tue es mal beiseite. Und jetzt wird der Smoothie aus dem Rest Wassermelonen und Gurken gemacht. Und dafür brauche ich meinen Roboter natürlich. Den benutze ich in der letzten Zeit oft. Ja, und ich gebe hier dann die Gurke und die Wassermelonen rein. Ein bisschen Agavensaft noch. Und schon habe ich auch einen leckeren, erfrischen Saft noch dazu. Prost! Lecker! Et voila! Guckt euch diese Schönheit an. Wassermelonen Gurkensalat in Wassermelonen Schale. Ja, perfekt! Es ist lecker, gesund, perfekt für Sommerzeit. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann bitte liked, kommentiert, abonniert diejenigen, die noch nicht gemacht haben. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, euch beim nächsten Video hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund! Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! 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 Tschüssi!